Hi Leute! Solltest du dir die Packung Chips reinhauen, wie lernst du wieder richtig auf deinen Körper zu hören? Und zwar geht es heute in dem Video darum, wie du wieder sensibel dazu wirst, was dir dein Körper überhaupt sagen möchte. Und das ist ein bisschen zwiegespaltenes Thema, weil oft missinterpretiert man da viel bei irgendwelchen gelüsten Seins, nach ungesunden Sachen oder anderen Dingen, nach einer Tüte Chips, nach dem Eis oder was weiß ich, das irgendwie industriell hergestellt wurde. Holt euch ein Rohkosteis, macht ein Rohkosteis aus Bananen, super lecker, ist eh das Beste. Und es gilt aber, wieder eine Sensibilität da zu entwickeln, was dem Körper wirklich gut tut. Und da muss man ein bisschen differenzieren. Also ein harter Vergleich ist jetzt vielleicht, wenn man sagt, hey, ein Drogensüchtiger, der Heroin absetzt, dem geht es auch beschissen und der Körper verlangt ständig nach der Droge wieder. Und gewisse Dinge, die wir zu uns genommen haben, sind einfach suchterzeugend. Und da gilt es am Anfang, ganz langsam wieder die Sensibilität zu entwickeln und aufs Körpergefühl zu hören. Es geht nicht von heute auf morgen. Das ist wie wenn man ein Instrument zu spielen lernt. Und es ist ein langsamer Prozess und es bringt auch nichts, tausend Bücher zu lesen. Da kann man sich mal ein Grundwissen aneignen, aber es geht dann darum, das wieder zu lernen. Und irgendwann entwickelt man auch die Sensibilität, dass man wieder genau weiß, was richtig für einen ist. Dann sagt der Körper genau die Menge, sagt Stopp, du kannst wieder auf dein Hungergefühl hören. Oft wird es eben missinterpretiert und man isst da oft drüber. Einmal ist es eben so, sobald ein Aufstoßen ist, ist es eigentlich schon ein Signal, sobald sich Geruch und Geschmack verändert. Aber das kann man sehr fehlinterpretieren, wenn der Körper noch am Entgiften ist. Also da schaut euch mal vom Rohkostreinigungsweg die Playlist an oder den Videokurs, den ich habe. Und schaut euch da nochmal vor allem die Videos an, wo ich erkläre, wie man den Körper reinigt und wie das Ganze mit der Entgiftung zusammenhängt. Das vor allem. Wie der Ausscheidungs-, der Reinigungsprozess vom Körper abläuft. Und es geht wirklich darum, das langsam zu lernen, wie gesagt. Die Sensibilität entwickelt sich wirklich langsam wieder. Also man muss über Jahre lernen, ein Musikinstrument zu spielen. Du steckst Jahre in irgendein Studium, um da mal Wissen anzusammeln und Erfahrungen zu sammeln auch wirklich. Und genauso ist es mit dem Körper. Gut ist es da eben Monomahlzeiten zu machen. Das ist ein Tipp, dass du Monomahlzeiten machst, wo du eine Sache nur isst. Das heißt, du isst nur eine Frucht, ein Gemüse, sei es jetzt auch gekocht oder nicht. Du isst nur eine Sache. Du isst nur Sprossen, du isst nur, ja, einen Apfel. Äpfel. So mehrere. Und dann kannst du auch viel besser wieder auf deinen Körper hören. Dann merkst du auch mal langsam, wie das Ganze durch deinen Körper geht. Und dann kannst du eigentlich auch sehr gut darauf hören, wie du dich zum Beispiel nach einer Mahlzeit fühlst. Also viele kennen das vielleicht, wenn sie sonst irgendwie eine gekochte Fleischmahlzeit gegessen haben. Mit allen möglichen drin, mit Salz und Gewürzen. Und danach fühlt man sich erst mal platt. So, wenn man eine Schweizerakse gegessen hat, du bist erst mal platt. Du kannst dich danach erst mal hinlegen. Das ist eine riesen Arbeit für deinen Körper. Normalerweise solltest du dich nach einer Mahlzeit nicht schlapp fühlen. Wenn es das richtige Essen ist, dann fühlst du dich nicht schlapp danach. Und Rohköstler kennen das eigentlich nicht mehr. Oder Leute, die da wirklich mehr aufs Essen achten, die dann leichtere Sachen essen. Denn du bist nach dem Essen nicht müde. Du brauchst doch keine Booster oder irgendwas. Und diese Müdigkeit, die kommt dann oft nur von der Entgiftung. Von der Ausscheidung von alten Sachen, die man mal zu sich genommen hat. Und daher kommen dann oft auch Gelüste. So, wenn der Körper Heroin ausscheidet, dann hast du wieder Lust auf Heroin. Und wenn dein Körper gewisse Sachen, die du sonst, Suchtmittel, die du sonst zu dir genommen hast. Seien es irgendwelche Geschmacksverstärker, Glutamat oder dann auch irgendwelche hochverarbeiteten oder tierischen Produkte. Dann muss das wieder aus deinem System raus. Und dann hast du phasenweise auch mal wieder Gelüste da drauf. Und deswegen ist es da eine zweischneidige Sache. Wie und wann du da auf deinen Körper hörst. Du musst wieder eine Sensibilität dafür entwickeln. Und irgendwann brauchst du niemanden mehr, der dir sagt, hey, isst das oder isst jenes. Irgendwann, du spürst es immer mehr. Und es ist ein langsamer Prozess. Am Anfang wirst du dich vielleicht noch öfter überessen. Du wirst das Falsche essen und so weiter, weil du manche Signale noch fehlinterpretierst. Aber umso mehr du das machst, umso mehr du die Erfahrung wirklich sammelst. Und da geht es darum, die Erfahrung zu machen. Und dann braucht dir keiner mehr sagen, was richtig oder falsch ist. Kein Tier auf der Welt braucht irgendeine Ernährungstabelle, um sich zu ernähren. Und jedes Tier auf der Welt hat irgendwie herausgefunden, was so die artgerechte Nahrung für den jeweiligen Körper, Organismus ist. Nur wir als intelligenteste Spezies auf diesem Planeten haben das irgendwie noch nicht herausgefunden. Und dann könnte man mal zum Nachdenken kommen und sagen, hey, wieso kann es sein, dass jedes Tier irgendwie weiß, was es essen soll? Einfach ganz intuitiv. Und es gibt manche Prozesse, da ist der Verstand einfach hinderlich. Oft, wir sind so verkopft beim Essen. Es gilt wirklich langsam zu lernen, den Kopf wieder abzuschalten beim Essen. Denn der Kopf, den brauchst du nicht dazu. Du brauchst nicht denken, um deinen Körper mit den richtigen Sachen zu versorgen. Jedes Tier schafft es. Und du brauchst kein Ernährungswissenschaftler oder irgendwas dazu sein. Du musst es eben langsam wieder lernen, weil wir so weit von der Natur abgerückt sind, so weit von unserem Körpergefühl, weil wir so sehr in den Verstand reingegangen sind und so verkopft an die Sache reingehen. Das gilt es langsam wieder abzulegen. Und dann lernt man wirklich wieder, auf den Körper zu hören und die Signale richtig zu deuten. Aber wie gesagt, langsamer Prozess. Experimentiert da am besten mit Monomahlzeiten rum und schaut, wie ihr euch nach der Mahlzeit fühlt. Und gleichzeitig mit dem Hintergrundwissen der Entgiftung, wenn gewisse Stoffe wieder ausgeschieden werden, dann habt ihr wieder Lust da drauf. Das sind diese zwei wichtigen Punkte. Also, ja, es dauert einfach lange. Diese zwei Punkte sind einfach unglaublich wichtig, diese Zweischneidigkeit dabei zu beachten. Von der Entgiftung einmal, dass, wenn Stoffe ausgeschieden werden, wieder Fremdstoffe, die man sonst zu sich genommen haben, dass man dann wieder Gelüste darauf hat und die andere Sache eben drauf hören bei einer Mahlzeit, wenn man Monomahlzeiten macht, mit natürlichen Sachen, mit Obst, Gemüse. Und dann kriegt man auch wieder die Mengen raus, wie viel man essen sollte. Der Körper gibt einem da normalerweise klar eine Sperre, ein klares Signal, wann du aufhören solltest. Beim Aufstoßen ist es eigentlich schon viel zu spät. Oder, ja, wenn man müde ist nach dem Essen. Das ist eigentlich nicht der Sinn. Müdigkeit kommt, oft auch von der Entgiftung kommt, von der Reinigung vom Körper. Aber oft kommt es auch von der Neubelastung. Also es ist wiederum auch Entgiftung, Reinigung, aber es ist eben akut. Ansonsten, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen. Kommentiert mal das Video, was euch da nochmal genauer interessiert. Dann kann ich da vielleicht nochmal ein Video drüber machen, wo ich dann genauer darauf eingehe. War jetzt vielleicht ein bisschen unübersichtlich, war jetzt nur so kurz nebenbei. Und, ja, kommentiert da einfach mal drunter, was da eure Erfahrung ist, eure Meinung zu. Ansonsten, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.